Ubisoft hat bekanntgegeben, dass zur Vorbereitung auf das 20-jährige Jubiläum von Ghost Recon ein Fotowettbewerb stattfindet. Alle Infos dazu in diesem Video. Das Ganze läuft so ab, dass wir ab jetzt jeden Monat ein neues Thema bekommen, zu dem wir dann Fotos machen können. Das Thema für diesen Monat lautet Dein Lieblings-Ghost. Also, wer ist für dich der ultimative Ghost im Ghost Recon Franchise? Wir sollen auch gerne kreativ mit der Vorgabe umgehen, Ubisoft ist da schon sehr gespannt darauf, was uns dazu einfällt. Es gibt natürlich ein paar Regeln, aber es gibt diesmal tatsächlich auch etwas zu gewinnen. Regeln gibt es eigentlich nur drei Stück. Zum einen musst du deine Fotos auf Twitter posten mit dem Hashtag GRB-Foto-Contest. Zum anderen musst du Direktnachrichten auf Twitter für alle erlauben, denn wenn dein Foto als Sieger-Foto ausgewählt wurde, wirst du per Direktnachricht von Ubisoft kontaktiert. Und zu guter Letzt noch die Deadline. Bis zum 24. Juli kannst du deine Fotos auf Twitter posten, zum Thema Dein Lieblings-Ghost. Nun aber zu den Gewinnen. Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt ein Exemplar vom Ghost Recon Breakpoint Artbook, ein paar coole Extras, was das ist weiß man leider noch nicht, und das Sieger-Foto wird auf allen sozialen Kanälen von Ubisoft oder Ghost Recon und auf deren Webseite geteilt. Den Link zum Artikel findest du auch in der Videobeschreibung. Und wenn du weitere Fragen dazu hast, schreib die mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns!